Hallo, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu einem weiteren Podcast aus einer Reihe zu verschiedensten Themen. Mein Name ist Sabine Ellmeier, ich bin selber Mama von zwei Kindern und leite das Eltern-Kind-Zentrum in Mitterdorf im Mürztal. Ich bin bei der Familienakademie der Kinderfreunde Steiermark angestellt und darf Sie heute zu einem ganz spannenden Thema herzlich willkommen heißen. Sie kennen das. Mama, Papa, Taubheit? Wie hört mir mein Kind richtig zu? Ganz wichtig ist es in erster Linie unseren Kindern Aufmerksamkeit zu schenken. Und damit meine ich nicht zwölf Stunden am Tag, weil das ist einfach nicht möglich. Aber bewusste Aufmerksamkeit zu schenken, nicht abgelenkt zu sein. Respekt und Wertschätzung zu zeigen, indem wir uns die Zeit bewusst nehmen. Aber wie kann ich die Aufmerksamkeit meines Kindes bekommen im Gespräch? Durch Blickkontakt, indem sie in die Hocke gehen, auf Augenhöhe des Kindes gehen und auch vielleicht Körperkontakt herstellen, indem sie zum Beispiel ihre Hand auf die Schulter ihres Kindes legen. Sehr oft wollen wir für uns wichtige Themen bei den Kindern anbringen, wenn aber das Timing nicht passt. Wenn das Kind gerade beim Spielen voll konzentriert ist. Das heißt, für uns als Eltern ist es auch wichtig, den richtigen Zeitpunkt herauszufiltern, indem wir das Kind nicht aus seiner Tätigkeit herausreißen, sondern geduldig warten, bis es fertig ist und dann ein Gespräch beginnen. Mit Aufmerksamkeit und richtiges Timing. Besonders wichtig ist, dass wir uns als Erwachsene auch stimmig verhalten. Das heißt, dass unsere Mimik, unsere Gestik, unser Tonfall und unser Verhalten übereinstimmen. Das heißt, wenn ich meinem Kind klar sagen möchte, dass es seinem Bruder oder seine Schwester nicht hauen darf, dann sollte ich das nicht mit einem lächelnden Gesicht machen und nicht fünfmal Bitte dazu sagen, sondern mit klaren Worten, übereinstimmig mit meiner Mimik und Gestik, meine Intention vermitteln. Weiters ist es wichtig, Ich-Botschaften zu senden und keine Du-Botschaften. Durch Du-Botschaften, Du bist schlimm, fühlt sich der andere gleich einmal angegriffen und geht auf Abwehr. Denn das impliziert Vorwürfe und Herabsetzungen. Ich-Botschaften aber bringen Gefühle und Wünsche zum Ausdruck. Das Kind hat die Möglichkeit, diese Emotionen und Gefühle zu spüren und wahrzunehmen. Das ist viel effektiver. Zum Beispiel, Du bist zu schlampig, ist eine Du-Botschaft. Wenn ich aber sage, in Deinem Zimmer schaut es ziemlich aus, ich bräuchte Deine Hilfe jetzt beim Aufräumen und gemeinsam können wir das ganz schnell schaffen, wird das Kind eher bereit sein zu helfen, als wenn wir aussprechen, Du bist zu schlampig. Eine weitere Kommunikationsfalle ist, dass wir statt Fragen klare Aussagen formulieren. Vorschläge sollten wir, wenn möglich, nicht in Fragen verpacken. Und vor allem junge Kinder sind davon ganz oft überfordert. Kinder können sich dann auch nicht entscheiden. Das heißt, wir sollten unser Angebot an Möglichkeiten auf höchstens zwei bis drei Wahlmöglichkeiten reduzieren. Ich möchte gerne, Mensch, ärgere dich nicht mit dir spielen. Eine klare Aussage. Das Kind hat nun die Wahl. Ja, möchte ich. Oder nein, möchte ich nicht. Gebe ich aber meinem Kind zu viele Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, möchtest Du mit mir, Mensch, ärgere dich nicht spielen? Oder lieber Uno? Oder weißt Du was? Lass uns doch lieber verstecken spielen. Oder fangerln spielen. Dann ist das Kind in diesem Moment überfordert. Es möchte vielleicht zu viel mehr mit ihnen spielen. Das heißt, zwei bis drei Angebote anbieten. Wir sollten uns auch viel mehr auf das Ergebnis fokussieren und das gewünschte Ziel in Aussicht haben. Denn das gewünschte Resultat im Fokus bestimmt auch die Richtung, die das Gespräch nimmt. Und je wichtiger mir das Ziel ist, ich möchte nicht, dass Du Deinen Bruder oder Deine Schwester haust, umso klarer kommt das auch beim Kind oder beim Jugendlichen an. Ein Tipp, der besonders gut ankommt, das ist dieses bewusste Zuhören. Lauschen. Lauschen Sie doch einmal Ihrem Kind aktiv zu. Lassen Sie Ihr Kind aussprechen. Wir sind so oft als Eltern dazu geneigt, gleich zu argumentieren, Gegenargumente zu formulieren. Aber lassen Sie es aussprechen. Bis zum Ende. Versuchen Sie das Bedürfnis Ihres Kindes, das dahinter steckt, zu erkennen. Versuchen Sie es nicht zu unterbrechen. Und beginnen Sie, den Standpunkt oder die Standpunkte Ihres Kindes anzunehmen und wertzuschätzen. Wie respektvoller und wertschätzender Sie mit Ihrem Kind und Ihrem Jugendlichen umgehen, umso mehr wird Ihr Kind und Jugendliche auch später mit Ihnen umgehen. Achten Sie auch auf nonverbale Hinweise Ihres Kindes. Nehmen Sie die Körpersprache Ihres Kindes wahr. Ist es Ihnen zugewandt oder dreht es sich von Ihnen weg, weil es eigentlich schon das Gespräch beenden möchte? Und dann denken Sie wieder darüber nach, ob das Timing richtig ist. Es ist absolut in Ordnung, auch ein Gespräch einmal zu beenden und es später weiterzuführen. Sehr oft sind wir auch dazu geneigt, unseren Kindern fertige Lösungen anzubieten. Wir geben Ihnen Ratschläge. Aber bedenken Sie, Ratschläge sind Schläge ins Gesicht. Dadurch wird das Kind oder der Jugendliche in die Defensive gedrängt und kommt in die Passivität. Es beginnt immer mehr, seine eigene Meinung zurückzuhalten und vertrauen Sie Ihrem Kind. Schenken Sie ihm die notwendige Wertschätzung und den Respekt, auch Selbstlösungsmöglichkeiten zu finden. Und unsere Kinder sind sehr kreativ im Finden von Lösungen. Was ist das Fazit aus dem Ganzen? Indem wir mal beginnen sollten, unsere eigene Kommunikation zu überdenken. Und es beginnt bei der Selbstreflexion. Wie spreche ich mit anderen? Wie spreche ich mit meinem Kind? Denn Kommunikation ist der Schlüssel zu jeder guten Beziehung. Bin ich konstruktiv? Bin ich präsent? Oder bin ich in Gedanken schon drei Schritte weiter? Bin ich wertschätzend und respektvoll? Themen, die Ihnen wichtig sind, können Sie in Hand eines Vertrages mit Ihrem Kind ausmachen. In dem Sie gemeinsam festhalten, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig. Und das Kind kann dann mit einem Fingerdruck quasi unterschreiben und wenn es schon älter ist, sogar richtig seinen Namen drunter setzen. Abmachungen, die aber getroffen worden sind, gemeinsam, sollten Sie dann auch wieder einfordern. Kommunikation beginnt bei uns. Wenn wir bereit sind für Veränderungen, dann werden unsere Kinder nicht mehr Mama und Papa taub sein. Manchmal schon. In bestimmten Situationen werden Sie sich denken, jetzt habe ich das schon fünfmal, achtmal, vielleicht auch zehnmal erklärt. Und es muss immer zu einer Eskalation des Konflikts kommen. Ihre Kinder kennen Sie. Manchmal vielleicht ein bisschen besser sogar, als Sie sich selbst kennen. Ihr Kind weiß, die Zornesfalte ist erst drei Millimeter tief und da gehen noch fünf Millimeter, bis die Situation eskaliert. Das heißt, wir können schon präventiv vorher beginnen, Sachen klar und direkt an- und auszusprechen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß im Kommunizieren mit Ihrem Kind. Vielleicht ist der eine oder andere Tipp für Sie dabei und Sie beginnen gleich diesen umzusetzen. Danke, Ihre Sabine Elmayer.